Musik So, als erstes werden wir dann B holen Hier können wir uns einfach fallen lassen Da kommen wir nämlich am besten in die Mitte Ich würde sagen, wir halten den auf, oder? Ach komm, warum ist der so weit vorne? Lass uns spielen Dich vermisse ich bestimmt nicht Ich hab das Zeug Schau ich das nicht mehr Schade Nur einmal aufgehalten Oh, knapp, ne Ja, Paul Ist doch mal Runde 4 für mich, weißt du Ja, der wusste ganz genau, dass ich draufgehe Ist halt auch immer die Frage Gehst du auf Angriff oder auf Verteidigung, ne Lass da hoch Wo ist sein dritter Zug? Ah, okay Oh, mieses Ding Was ist der Sniper? Was ist er, ne Beil dich Wieder zusammen unterwegs Wir werden Geschichte schreiben Die Zeit ist um Zweiter Gegner ausgeschaltet Was ist der Sniper? Also das ist auf jeden Fall sein Punkt, weil er es zurückgebracht hat, ne? Oh, schießt er mit Raketen auf mich, ey. Ja gut, dass ich mich da so bewegt habe, ne? Konnte meinen Punkt nie aufhalten. Ich bringe das zu Ende, ein für alle Mal. XM gesammelt. Ich bringe XM zurück. Ich habe dir XM transformiert. Na, da dürfte ich auf die Runde für mich entschieden haben, oder? Alles klar, Skatemail. Ich wünsche dir noch einen angenehmen Abend. Lass dich nicht ärgern und... Hau rein. Den müssen wir aufhalten. Oder? Oder? Das ist meine neue Mischung. Jetzt kommt gleich was Giftiges. Oh Mann! Schade. Aber Gift ist echt kacke, ne? Ja, nice Alex. Da kannst du dir ja auch mal ein bisschen antun, das Game. Oder vielleicht sogar mitmachen, wenn du möchtest. Letztes Ende, oder? Ich glaube ja, ne? Oh shit, woher gibt es die erste Hälfte? Na, guck mal was. Du bist da zu hohen. Kapitan. Geh hier rein. Zurück zur Bardis. Exotische Materie gesichert. Granate unterwegs. Zeit, Granate! Ist mir echt ein bisschen zu taktisch das Game, ne? Ach, Mann! Was ist das, Sniper? Oh mein Gott. Hallo, Andi! Schönen guten Abend! Wie geht's dir? Paul, nicht vergessen, es ist ein Modus aus diesem Spiel, ne? Wie tut sowas, wäre dieses Game, das wäre der Bestandteil von diesem Game. Okay, okay, okay. Den kriegen wir aufgehalten, auch wenn er ihn nicht getötet hat, aber... Ai, fuck! Gut. Wieder Musik angelassen. Ah, nee, mir geht's gut! Alles gut soweit. Wir testen hier... ...neues Game, das sehr kurios ist, aber trotzdem irgendwie doch taktisch Spaß machen kann. Jetzt müssen wir mal gucken, was der hier macht. Okay, der wollte mich abfangen. Jetzt haben wir vorher mal eine Wiederholung angeguckt, Junge. Dann hat mein Geschütz zerstört. Okay, dann nehmen wir... ...Rockets. ...Mögest du Schicksal erfüllen. Mist. Ich soll jetzt nicht die Übersicht hier verlieren. Der Sniper setzt sich da unten hin. Andi, was hast du heute gemacht? Geht doch. Wow. Also ich finde, der Modus ist eine schwer verdaubare Kost, aber es macht doch irgendwie ein bisschen Spaß, ne? Wenn man nach... ...dann weiß, dass man bei der Ballerei ein bisschen durchblicken muss und vorausdenken muss, ähm... ...da kann das Game Spaß machen. ...